Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Und heute meine Freunde, habe ich mir gedacht, hauen wir seit langem mal wieder ein Realtalk-Ründchen raus und reden über ein Thema, was allgemein im Fußball gerade sehr populär ist und relativ die Runde macht. Denn es gibt ja das Gerücht, beziehungsweise für mich ist es eigentlich kein Gerücht, sondern eine Idee, die umgesetzt werden könnte. Es soll eventuell zu einer Einführung einer blauen Karte kommen. Es hat mich sehr eure Meinung interessiert, deswegen habe ich gedacht, da kann man auf jeden Fall mal sehr gut ein Video drüber machen, weil es auch einfach mal ein allgemeines Fußballvideo ist und dann auch mal ein bisschen Abwechslung zu unserem FC. Das Ganze sieht in jedem Fall so aus, dass die blaue Karte quasi beinhalten soll, dass der Schiedsrichter neben der gelben und der roten Karte noch die Möglichkeit hat, eine blaue Karte zu zeigen. Das soll dann allen voran bei kleineren taktischen Fouls, was auch immer das jetzt im genauen Detail dann bedeutet, sowie Meckern der Fall sein, dass diese Karte gezeigt werden kann. Die Folge daraus wäre, dass der verwarnte Spieler dann eine 10 Minuten Sperre bekommt, also quasi ein Timeout muss für 10 Minuten raus und es soll wohl so sein, wie ich es in verschiedenen Berichten gelesen habe, dass es dabei bleibt, dass gelb und gelb, gelb-rot ist und gelb und blau würde dann auch zu einer roten Karte führen. Also es gäbe dann halt noch diese dritte Karte dann quasi on top und das Ganze wurde zwar laut einigen Medienberichten von der FIFA dementiert, ich muss aber sagen, ich habe dieses Statement gelesen, für mich persönlich ist es zumindest kein komplettes Dementi, denn die FIFA sagte, dass es nicht geplant ist, dass das Ganze zur kommenden Saison eingeführt wird und das war eigentlich so die Rede in den meisten Berichten im Vorhinein, sondern dass das Ganze erstmal auf freiwilliger und kleinerer Basis ausprobiert werden soll. Kleinere Basis bedeutet im Detail, in den unteren Ligen soll das Ganze mal getestet werden, aber und das ist dann halt das Ding, was es für mich eigentlich schon ein bisschen heiß macht, das Ganze wird auf jeden Fall in England ausprobiert. Der Zeitpunkt ist auf jeden Fall noch nicht nachhaltig sicher, es ist aber so, dass der englische Verband FA das Ganze aktuell prüft und am überlegen ist, dass man in der kommenden Saison die blaue Karte in den beiden Männer-Pokal-Wettbewerben, FA Cup und Carabao Cup, sowie in den Wettbewerben, Pokal-Wettbewerben der Frauen ausprobiert. Und ich denke, wenn das in England, was ja weltweit, kann man sagen, die populärste Liga bzw. der populärste Fußball ist, wenn man es da macht und das Ganze dann irgendwie dann doch läuft oder man der Meinung ist, dass das einen Mehrwert bringen könnte, was ich nicht so sehe, aber das werde ich gleich noch erklären, warum ich das so sehe, glaube ich dann schon, dass die meisten Verbände dann nachziehen werden. Ich halte das schon für eine Idee, dass man das macht oder das durchsetzen wird, weil der Fußball halt immer aus meiner Sicht leider so ein bisschen so ist, dass man immer was Spezielles machen will, anstatt halt ab und an mal so die einfachen Dinge zu machen. Und das ist halt eigentlich auch so meine Sicht, was mich an dem Ganzen stört, denn ja, wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich immer, oder was heißt immer, aber sehr oft unzufrieden bin, gerade bei uns in der Bundesliga, wie halt gefiffen wird, wie die Schiris agieren. Und das hat auch nichts mit der Situation unseres FC zum einen zu tun, das hat aber zum anderen auch nichts mit der Person hinter dem Schiedsrichter zu tun, sondern einfach mit der Art und Weise, wie halt agiert wird. Und da muss ich sagen, gibt es einige Dinge, die aus meiner Sicht nicht gut funktionieren, wo man sich erst einmal Gedanken machen müsste. Und ich glaube, die Einführung einer blauen Karte würde wesentlich den Spielfluss zerstören. Zum einen, denn man muss sich mal ausmalen, stellt euch mal vor, Mannschaft A hat eine gelb-rote Karte und kriegt dann noch eine blaue Karte, dann spielst du da zehn Minuten mit neun Mann. Und wenn du jetzt, sage ich mal, 70 Minuten 1-0 führst und ein super Spiel machst, dann eine gelb-rote bekommst, kurz danach nur eine blaue Karte, dann kannst du für 70 Minuten gutes und hochverdientes Spiel dann auch mal wieder rutschen gehen. Und da muss ich halt sagen, es ist für mich auch irgendwie, diese Spanne ist halt auch zu weit, dass man halt sagt, ja, für taktische Fouls und für Meckern. Weil auch hier hat ja jeder Schiedsrichter eine andere Linie. Der eine gibt dann eine blaue Karte, wenn ein Spieler sagt, ey, warum gibst du dem keine gelbe Karte? Der andere gibt ihm dann eine blaue Karte, weil der sagt, ey, du sagst mir jetzt zum zweiten Mal, warum pfeifst du das nicht? Und wir sehen es ja gerade in der Bundesliga aktuell, dass es sehr, sehr oft, wenn Spieler sich beschweren, dann teilweise beim ersten Mal schon eine gelbe Karte gibt. Also wie soll das dann aussehen? Gibt es dann direkt die blaue Karte, dass wir dann jedes Mal 10 Minuten Auszeit für einen Spieler haben? Also das halte ich schon mal für sehr, sehr fragwürdig. Zudem muss ich auch sagen, glaube ich, abgesehen von meiner Meinung, wie die Schiedsrichter in der Bundesliga pfeifen, man spricht ja auch immer darüber, man möchte die Schiedsrichter schützen. Und ich glaube, mit so einer Regeleinführung machst du den Schiedsrichtern das Leben noch schwerer. Weil so werden die Diskussionen größer und lauter. Ja, so wird dem Schiri halt quasi noch mehr Verantwortung übertragen, weil er das Spiel halt noch mehr kaputt machen kann, als er es so schon machen kann. Und ich glaube, dass das einfach nicht zielführend ist. Ich habe eben kurz einmal angedeutet, für mich gibt es genug Dinge, die man verbessern kann. Für mich ist schon mal so ein ganz großes Problem, was mich in der Bundesliga, aber auch allgemein im europäischen Fußball oder Top-Fußball stört. Du hast, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel Felix Brüsch, der ist in Woche 1 Schiedsrichter, in Woche 2 VAR, in Woche 3 Vierter Offizieller. Das ist für mich schon mal die erste Sache, die für mich totaler Bullshit ist. Für mich müsste jeder Schiri spezifisch für eine Sache da sein, denn dieses Hin- und Herrotieren, das sorgt auch dafür, dass die Linien immer weiter auseinander gehen. Weil als Beispiel Felix Brüsch sagt im Spiel, ey, das ist ein Elfmeter, dann sieht er das am Bildschirm als VAR sagt, na, nee, den würde ich glaube ich nicht geben. Und dann ist er Vierter Offizieller, wo er wieder zu weit weg ist. Also ich finde, man sollte sich spezifisch für jeden Schiri einen genauen Job überlegen. So hast du als Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, 20 Schiris, die in der Bundesliga pfeifen, 20 Vierter Offizielle und 20 VARs. So wird diese Linie kleiner. Und so hast du halt in gewissen Situationen, was Handspiele angeht, was Notbremsen angeht, etc. pp. hast du eine geringere Spanne, was die Linie angeht. So sagt der eine so, der andere so, der andere so. Das ist halt schon mal was, was übertrieben, ja, meiner Meinung nach nicht funktioniert. Ich habe es auch gerade angesprochen auf VAR. Es gibt eigentlich jedes Wochenende in der Bundesliga, egal in welchem Spiel, mindestens eine Szene, wo man sagt, ey, da hätte der VAR aber eingreifen können. Das hätte man anders machen können. Auch da muss man halt aus meiner Sicht deutlich, deutlich besser werden. Und es heißt ja, man möchte im Fußball eigentlich relativ so sein Eigen bleiben. Aber ich muss sagen, ich fände es trotzdem einfach richtig, wenn man aus anderen Sportarten einfach mal Sachen bezieht. Klar gibt es die blaue Karte auch in anderen Sportarten. Ja, ich muss aber sagen, man sollte lieber aus anderen Sportarten Dinge übernehmen, die den Fußball eben, was ich gerade auch mit den Schiedsrichteraufteilungen, etc. als Beispiel erklärt habe, so aufteilen, dass man halt einen Mehrwert davon hat. Für mich wäre beispielsweise auch ein ganz deutlicher Mehrwert, wenn man einfach einführen würde, dass die Zeit gestoppt wird. Dann ist es sozusagen egal, ob es jetzt Fan-Proteste gibt, ob Spieler XY nach einer Schwalbe fünf Minuten liegen bleibt, ob Mannschaft A gerade dreimal auswechselt. Und das sind halt alles Dinge, das ist so ein Rattenschwanz, was halt dann so sich immer weiterentwickelt, weil dann merken die Spieler nach einer gewissen Zeit, ey, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich in der 88. Minute fünf Minuten liegen bleibe, weil die Zeit wird eh gestoppt. Und ich glaube, dass jeder Fan, unabhängig davon, von welchem Klub man Fan ist, möchte doch eigentlich, wenn er ins Stadion geht oder Fußball am Fernsehen schaut, ist ja eigentlich unrelevant, möchte er eigentlich das Spiel, was er bzw. wir lieben, einfach in vollem Genuss sehen. Und dieses Liegenbleiben, das ist halt leider im Fußball heutzutage Alltag geworden. Natürlich, wenn es deine eigene Mannschaft macht, dann siehst du es vielleicht nicht so schlimm, wie es dann der Gegner macht, wenn du kurz vor Schluss zurück bist. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich, wenn man eine Hand aufs Herz nimmt, eigentlich was, was man eigentlich nicht unbedingt sehen will. Deshalb, auch hier gibt es genug Dinge, die man da auf jeden Fall verbessern kann. Und das sind jetzt nur zwei Ideen von mir gewesen, die ich erläutert habe. Und da gibt es noch einige mehr. Deswegen halte ich es für absolut sinnfrei, eine blaue Karte einzuführen, um dem Schiedsrichter noch mehr Verantwortung und Durchsichtskraft zu geben, ohne dass man halt die Sachen, die aktuell noch nicht laufen, und das sind deutlich mehr Dinge als die zwei Punkte, die ich gesagt habe. Ich denke, da kann jeder von euch wahrscheinlich seine eigenen Schlüsse ziehen. Das ist nicht zielführend. Es ist einfach aus meiner Sicht nicht zielführend. Ich hoffe, dass das nur bei einem Versuch bleibt und das Ganze einfach scheitert. Denn ich denke, es gibt noch genug Möglichkeiten, die man im Fußball verbessern und ändern kann, was Schiedsrichter betrifft, was das Spiel im Allgemeinen betrifft, um das Ganze drumherum einfach zu verbessern. Ich denke, mit den Fanprotesten und dem Einstieg der Investoren bei der DFL sieht man ja, dass der Fußball immer mehr, immer mehr Richtung Reichen geht, dass es immer mehr um Geld geht, immer mehr um Konzerne geht. Und das ist ja gerade nicht mehr der Fußball, wie er halt früher stand. Er stand halt für die Armen oder für die Arbeiterschicht. Und das wird halt schon immer weniger. Und ich glaube, wenn man schon, was das angeht, leider immer weiter vom Fußball abrückt, dann sollte man nicht auch noch das Spiel immer weiter in die Ferne rücken, sondern sollte versuchen, dass man da besser wird. Und das geht halt nicht immer nur rein über die fußballerische Qualität, sondern alles drumherum muss halt auch stimmen. Und ich denke, was VAR, was Schiedsrichter etc. pp. angeht, da gibt es, glaube ich, genug Dinge, die man verbessern kann, ohne dass ich jemanden damit angreifen will oder so. Ich denke, ich habe das hier vernünftig rübergebracht, vernünftig erklärt. Dementsprechend ist für mich eine blaue Karte. Ich sage es jetzt einfach mal so, absoluter Bullshit. Ja, bin gespannt, wie ihr es seht. Können wir sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, den einen oder anderen Kommentar zu beantworten. Ich würde mich wie immer über eure Meinungen freuen. Bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ja, ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Hoffe, ihr feiert das auch, dass wir auch mal darüber gesprochen haben. Ja, würde mich dann neben eurer Meinung wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was dann mein Matcher Talk zu unserem Heimspiel gegen Bremen sein wird wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.